Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden-Ettberg mit 6 zu 4, 1 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 2. Die Lotte-Zahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Verzahn, die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 0, 9, Entschuldigung, 0, 9, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewinn.